Hallo, ich bin David und willkommen zu einer neuen Folge von Bußgeldkatalog.org. In diesem Video erkläre ich euch, was der Anhalteweg ist. Außerdem verrate ich euch, warum er überhaupt so wichtig im Straßenverkehr ist und wie ihr den Anhalteweg berechnen könnt. Was versteht man unter dem Anhalteweg? Der Anhalteweg bezeichnet die Strecke vom Erkennen einer Gefahr bis zum Stillstand des Fahrzeugs. Das heißt, er umfasst die Strecke, bis jemand auf eine Gefahr reagiert, also der Reaktionsweg und die Strecke, die ein Fahrzeug nach dem Betätigen der Bremse bis zum kompletten Stillstand zurücklegt, also dem Bremsweg. Der Anhalteweg ist daher immer länger als der Bremsweg. Außerdem gilt, je schneller ein Auto fährt, desto länger ist der Anhalteweg. Warum ist der Anhalteweg so wichtig? Wenn ihr vor eurer Theorieprüfung steht, werdet ihr höchstwahrscheinlich eine Frage zum Anhalteweg beantworten müssen. Ihr braucht diesen nämlich, um den nötigen Sicherheitsabstand einzuschätzen oder um abzuwägen, wie schnell ihr zum Beispiel bei schlechten Wetterverhältnissen fahren solltet. Macht euch bewusst, den erforderlichen Anhalteweg zu kennen, kann euch oder anderen das Leben retten. Tatsächlich kommt es immer wieder zu teils schweren Auffahrunfällen, weil Autofahrer den benötigten Anhalteweg bei den hohen Geschwindigkeiten oder auf glatten Straßen unterschätzen. Solltet ihr einen Unfall verursachen, weil euer Abstand zum Auto vor euch zu gering war, kann ein Bußgeld von 35 Euro anfallen. Wenn ihr den Sicherheitsabstand nicht an eure Fahrgeschwindigkeit angepasst habt, müsst ihr je nach gefahrenen KMH mit einem Bußgeld zwischen 25 und 320 Euro rechnen. Je nach Tachowert können außerdem bis zu zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von bis zu drei Monaten hinzukommen. Habt ihr einen Bußgeldbescheid erhalten, wegen vermeintlicher Missachtung des Sicherheitsabstandes, dann könnt ihr Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einlegen. Prüft dazu eure Einspruchmöglichkeiten kostenlos unter bußgeldkatalog.org. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wie berechnet man den Anhalteweg? Wie bereits erwähnt, setzt sich der Anhalteweg aus Reaktionsweg und Bremsweg zusammen. Also müsst ihr zuerst diese beiden berechnen. Um den Reaktionsweg zu berechnen, teilt ihr die gefahrene Geschwindigkeit durch 10 und nehmt das Ganze dann mal 3. Seid ihr zum Beispiel mit 50 kmh unterwegs, lautet die Rechnung 50 kmh geteilt durch 10 mal 3. Das ergibt 15. Bevor ihr überhaupt auf die Bremse tretet, legt ihr also schon bei einem Tempo von 50 ganze 15 Meter zurück. Bei dieser Rechnung wird übrigens davon ausgegangen, dass ein Autofahrer in der Regel eine Reaktionszeit von einer Sekunde hat. Beim Bremsweg wiederum kommt es darauf an, ob es sich um einen normalen Bremsweg oder um eine Gefahrenbremsung handelt. Die Formel bei einer Normalbremsung lautet, die Geschwindigkeit geteilt durch 10 mal die Geschwindigkeit geteilt durch 10. Bei einer Geschwindigkeit von 50 kmh sieht das Ganze so aus. Ihr teilt zunächst 50 kmh durch 10, was jeweils 5 ergibt. Anschließend multipliziert ihr die beiden Ergebnisse miteinander und erhaltet 25. Nachdem ihr die Bremse betätigt habt, dauert es also noch 25 Meter, bis euer Auto endgültig zum Stehen kommt. Um den Bremsweg bei einer Gefahrenbremsung zu berechnen, geht ihr ganz ähnlich vor. Außer, dass ihr euer Ergebnis am Ende noch durch 2 teilen müsst. Denn der Bremsweg verringert sich hier um etwa die Hälfte. Bezogen auf unsere vorherige Rechnung halbiert sich der Bremsweg auf etwa 12,5 Meter. Jetzt könnt ihr den Anhalteweg ermitteln, indem ihr Reaktionsweg und Bremsweg addiert. Bei einer normalen Bremsung und einer Geschwindigkeit von 50 kmh beträgt der Anhalteweg 40 Meter. Bei einer Gefahrenbremsung sind es nur noch 27,5 Meter. Wenn ihr euch diesen Wert anschaut, könnt ihr euch vorstellen, wie dicht ihr vielleicht bei hohen Geschwindigkeiten auffahrt und wie lange ihr tatsächlich braucht, bis ihr komplett steht. Aus diesem Grund gibt es beispielsweise die Regelung, bei höheren Geschwindigkeiten mindestens einen halben Tacho Abstand zu halten. Denkt aber daran, wenn ihr glaubt, dass ihr keine Abstandsunterschreitung begangen habt, lohnt es sich unter Umständen Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einzulegen. Vor allem dann, wenn euch ein Fahrverbot droht. Welche Möglichkeiten ihr dabei habt, könnt ihr kostenlos unter bußgeldkatalog.org slash Einspruch prüfen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wollt ihr noch mehr zum Anhalteweg wissen? Dann werft doch einen Blick in unseren Ratgeber. Den Link findet ihr hier oder unten in der Videobeschreibung. Und wie immer, lasst uns ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat und klickt auf den Abo-Button. Bis zur nächsten Folge von Bußgeldkatalog.org.